Pam, param, param, pam, pam. Guten Abend. Liebe Freunde, ich bin sehr froh, euch alle hier begrüßen zu dürfen. Heute werden wir über Splitting sprechen. Wir haben viele Partner, die verschiedene Anzahl von Splits haben. Sie splitten auf unterschiedliche Art und Weise und bekommen ihre Belohnungen. Deswegen werdet ihr heute mehr über Splitting erfahren. Und nächste Woche lernen wir andere tolle Sachen kennen, die mit unserer Blockchain-Technologie zu tun haben. Freunde, ich sehe eure Fragen. Vielen Dank dafür. Einen Teil davon werde ich beantworten und den anderen nicht, weil sie eher das Geschäftliche und nicht das Technische betreffen. Deswegen lasst uns heute zuerst über die Splits und über das Splitting-Verfahren selbst sprechen und später beantworte ich natürlich alle eure Fragen, die im Laufe des heutigen Webinars bei euch entstehen können. Warum denke ich, dass Splits sehr wichtig sind? Im ersten Webinar sprachen wir über Proof-of-Work, über Proof-of-Stake, über delegiertes Proof-of-Stake und über verschiedene Möglichkeiten zum Schürfen. In unserem Fall müssen wir daran denken, dass Splitting eine einzigartige Erscheinung auf dem Kryptowährungsmarkt und in der gesamten Blockchain-Technologie ist. Warum? Weil wenn wir über Bitcoin, den Vorvater gesamter Technologie, über Ethereum, über Tron, über Solana und so weiter sprechen, wissen wir, dass bei diesen Kryptocoins, diesen Kryptowährungen, diesen Blockchains, Menschen, Coin und Tokens schürfen können. Man muss bestimmte Schritte ausführen, Mittel ausgeben, etwas installieren, etwas kaufen, um zum leistungsstärksten PC im Netzwerk zu werden. Bei Bitcoin muss man jede Menge Ausrüstung haben, damit man Coins schürfen kann. Bei Ethereum braucht man eine große Anzahl von ETH, um sie zu staken und als Belohnungen zu erhalten. Unsere Splits unterscheiden sich davon. In der Regel sprechen wir über Blockchains, die einen Muttercoin darstellen und ihn auch schürfen. In unserem Fall ist SMART die Mutter-Blockchain. Die SMART-Blockchain ist eine separate Blockchain. Und auf der Basis dieser Blockchain gibt es den Token Ultima. In der SMART-Blockchain besteht eine Verbindung zwischen beiden Tokens, dem Ultima-Token und dem Split-Token. Dadurch können wir jetzt über eine Splitting-Technologie reden. Woher kommen die Splits? Das Wort Split kommt aus dem Englischen und bedeutet teilen. Das heißt, wir teilen etwas. Warum benutzt man diesen Begriff? Weil alle existierenden Ultima-Tokens bereits geschürft wurden. Es wird keine weiteren Ultima mehr geben. Es ist unmöglich, sich in den SMART-Contract einzumischen, ihn zu verwalten, zu verändern, um Ultima nachzudrucken oder Ultima aus dem Contract rauszunehmen oder sie in einer bestimmten Adresse zu sperren. Es ist vorbei. Ultima sind bereit geschürft. Ein für allemal. Es wird keine mehr geben. Diese Ultima wurden in einem Pool von SMART-Contract platziert. Das ist ein separater SMART-Contract in der SMART-Blockchain, der diese Ultima besitzt und aufbewahrt. Der SMART-Contract ist eine Adresse. Bei den letzten Webinaren sprachen wir darüber, dass in der SMART-Blockchain jede Wallet ein Benutzerkonto ist. Dementsprechend handelt es sich beim SMART-Contract auch um ein Konto. Und als ein Benutzerkonto in unserer Blockchain besitzt der SMART-Contract die Ultima-Tokens. Fast 80% aller vorhandenen Ultima werden in SMART-Contracts gespeichert. Und 90% davon befinden sich in einem großen SMART-Contract. Was passiert also als nächstes? Dieser SMART-Contract hat bestimmte Regeln. Wir sprechen jetzt über den allerersten, den Begründer aller Splitting-Technologie, über den VIP-Split. Der VIP-Split ist ein Vertrag, der unser ganzes Leben, das ganze Leben unserer Kinder und das ganze Leben der Enkelkinder und noch länger funktionieren wird. Er verteilt Ultima-Tokens dosiert unter den Besitzern seines eigenen VIP-Split-Tokens. Ja, meine Freunde, der VIP-Split-Smart-Contract hat eigene VIP-Split-Tokens. Und für ihren Besitz belohnt der SMART-Contract alle Inhaber dieses Tokens. Der VIP-Split ist ein SMART-Contract, wie Ultima auch. Das heißt, der Ultima-Token ist dementsprechend auch ein SMART-Contract. Ein Split ist auch ein SMART-Contract. Und dieser SMART-Contract ist ein Emittent. Was bedeutet das Wort Emittent? Der Emittent ist ein Hersteller, ein Herausgeber, ein Drucker. Das heißt, er produziert unsere VIP-Splits. Und für die Speicherung dieser VIP-Splits belohnt der SMART-Contract die Benutzer aus seinem Bestand, aus seinem Guthaben. Derzeit gibt es eine Belohnung, die 25,92 Ultima-Tokens pro Tag beträgt. Runden wir es auf 25 ab. Dies ist der Betrag, den der SMART-Contract an einem Tag ausgeben kann. Das Wichtigste ist, dass wir verstehen, dass 25 Ultima-Tokens, die unter VIP-Split-Besitzern verteilt werden, der maximale Tagesbetrag ist, den der SMART-Contract selbst ausgeben kann. Nun, da wir kein Datum haben, gibt es kein 0-0-0-1 Uhr, kein 12.15 Uhr, kein halb sechs oder halb sieben abends. Es gibt auch kein halb sechs morgens. Es ist nur eine bestimmte Schnittstelle, ein bestimmter Zeitraum, in dem der SMART-Contract diese 25 Ultima verteilt. Und diese mathematische Regel besagt, dass alle 10 Millionen Blöcke die Belohnung halbiert wird. Sie wird durch zwei geteilt. Wenn wir nun unseren Blockchain-Explorer öffnen, wäre es sinnvoll zu schauen, wo sich die Blöcke jetzt befinden. Schauen Sie, Freunde. Hier auf unserer Explorer-Seite sehen wir, dass wir aktuell beim 12.425.620. Block sind. Das heißt, dieser Block ist der höchste, der letzte derzeit. Nach dem Aktualisieren der Seite sehen wir natürlich, dass er bereits auf 624 geändert wurde. Die Halving-Regeln besagen, dass laut dem SMART-Contract die tägliche Belohnung halbiert wird, wenn es um VIP-Splits geht, im 20-millionsten Block. Das heißt, wenn der 20-millionste Block erreicht wird, reduzieren die roten Splits die Ausgabe ihrer Belohnung von 25 bis 12 Münzen. Und dann werden diese Münzen alle 10 Millionen Blöcke weiter halbiert. Wie Sie bereits bemerkt haben, beträgt der Halving-Zeitraum in unserer Blockchain 10 Millionen Blöcke, was ungefähr einem Zeitraum von knapp einem Jahr entspricht. Lasst es uns aufrunden und sagen, dass in unserem Fall die Halbierung einmal im Jahr erfolgt. Wenn wir jetzt über unsere VIP-Splits sprechen, über rote Splits, darüber, wie man damit arbeitet, wie man eine Belohnung anfordert, dann ist es wichtig zu verstehen, dass ein roter Split mehrere Splits aus verschiedenen Transaktionen auf seine Wallet empfangen kann. Das heißt, heute bekommen wir einen, morgen den zweiten, übermorgen den dritten und dann den vierten. Und bis Sie von jedem davon eine Belohnung einfordern, werden Sie nicht in ein und derselben Münze zusammengefasst. Das heißt, jede eingehende Transaktion von roten Splits wird separat gezählt. Und hier liegt ein sehr wichtiger Unterschied. Der rote Split war einzigartig, der Vorvater der gesamten Splitting-Technologie, auf Basis welcher sich die Technologie weiterentwickelte. Derzeit haben wir Splits, die nicht ganzzahlig sind, sondern einen Bruchanteil haben. Der VIP-Split und Unity-Split haben keinen Bruchteil. Aber der Gold-Split hat einen. Sowohl der Gold-Split als auch der Unity- oder VIP-Split werden auf eine unterschiedliche Art und Weise angefordert. Es gibt zwei verschiedene Arten. Eine Belohnung in Gold-Split und in Unity-Split und in rotem Split einzufordern. Deswegen wundern sich die meisten Newcomer, wenn sie eine Belohnung einfordern, warum ihre Höhe nicht der Höhe entspricht, die sie erwartet haben. Lasst es uns abklären. Der Gold-Contract hat also einen Bruchteil. Der Gold-Split selbst hat einen Bruchteil. Er kann 0,00001 oder 0,00056 betragen. Während der VIP-Split und der Unity-Split keinen Bruchteil haben. Nur 1, 2 und so weiter. Beim Gold-Split gelten andere Regeln für die Anrechnung von Belohnungen. Damit alle ihre Tokens, die sich in ihrer Wallet befinden, an der Anrechnung teilnehmen, müssen sie sie zusammenkleben. Warum? Weil in der Wallet mehrere eingehende Transaktionen gleichzeitig sein können. Was ist eine eingehende Transaktion, wenn sie Splits in ihrer Wallet erhalten? Es kann innerhalb einer Minute geschehen. Sie können innerhalb einer Minute 10 Transaktionen auf ihrer Wallet empfangen. Von einer Person einen Split, von einer zweiten Person zwei Splits, von jemand anderem drei Splits. Das heißt, sie haben zum Beispiel 10 Splits aus verschiedenen Quellen in ihrer Wallet erhalten. Wenn es sich jedoch um einen Gold-Split handelt, beginnt die Anrechnung von Belohnungen nur beim ersten Split, der in der Wallet landet. Nur die Münze, die sie zuerst erhalten haben, wird bei der nächsten Anforderung von Belohnung berücksichtigt. Wenn sie bereits Gold-Splits in ihrer Wallet haben, sollten die Tokens, die sie nachfolgend empfangen, das heißt, ihre zweite und dritte eingehende Transaktion, möglichst nahe an der Belohnungsanforderung liegen. Warum? Weil sie erst nach der Anforderung der Belohnung zusammengeklebt und als Ganzes betrachtet werden. Das heißt, statt eines von 10 wird es beispielsweise 10 von 10 geben, also ein Ganzes. Und deshalb ist es sehr wichtig zu verstehen, dass Besitzer von Unity-Splits, Gold-Splits und VIP-Splits auf unterschiedliche Weise splitten können. Sie können nur einen Gold-Split splitten, immer den allerersten. Entweder den, der zuerst eintrat, oder den, der zum Zeitpunkt der letzten Belohnungsanforderung in der Wallet war. Das war's. Und Unity- und VIP-Splits werden basierend auf der letzten eintretenden Transaktion eingefordert, aber jeder wird dabei berücksichtigt. Warum wurde das so gemacht? Ganzzahlige Splits sind eine wertvolle Sache. Es ist unmöglich, sie versehentlich zu verlieren oder einfach so zu versenden. Und ein Gold-Split kann bis auf einen 10-millionsten Teil geteilt, also bis 0,0000001, und versendet werden. Aber eine ein- oder ausgehende Transaktion kann unsere gesamten Berechnungen durcheinander bringen. Um solches Zurücksetzen bei der Berechnung eingehender Transaktionen zu vermeiden, wird immer nur eine und die erste eingehende Transaktion zur Berechnung der Belohnungsanforderung benutzt. Deshalb eine kurze Anleitung für alle Besitzer von Gold-Contracts. Wenn Sie von außen eingehende Tokens in Ihrer Wallet erhalten, dann versuchen Sie, diese zum Zeitpunkt der nächsten Belohnungsanforderung zu erhalten. Warum? Weil Sie mit denen zusammengeführt werden, die sich bereits in dieser Wallet befinden, wenn Sie eine Belohnung anfordern. Fragen Frage zum Liquiditätspool. Dies ist der Liquiditätspool, der mit Ultima-Tokens gefüllt wird. Das heißt, der Pool selbst ist der Liquiditätspool, der diese Liquidität verteilt. Wofür bekommt man Ultima-Tokens? Für den Besitz von Splits. Ist die Geschwindigkeit, mit der neue Blöcke freigegeben werden, von der Marktaktivität abhängig? Ist die Geschwindigkeit, mit der neue Blöcke erstellt werden, ähnlich wie bei BTC? Könnte das nächste Helving vor Februar erfolgen? Schauen Sie, die Geschwindigkeit von Bitcoin-Blöcken hängt von nichts ab. Einfach von absolut nichts. Bitcoin muss einen bestimmten Wert finden, um einen neuen Block einzufügen. Wie funktioniert es? Das Netzwerk selbst versteht sehr gut, welche Leistung es hat und dass es eine Zahl festlegen muss, die im Durchschnitt 10 Minuten beträgt, um einen Block zu bilden. Das Netzwerk reguliert sich selbst. Das heißt, die Geschwindigkeit der Bildung eines Blocks ist immer stabil. Immer. In unserem Fall passiert genau dasselbe. Die Geschwindigkeit des Blocks ist gleichmäßig. Bitcoin hat 10 Minuten, wir haben 3 Sekunden. Was ändert sich? Die Komplexität des Netzwerks verändert sich. Wenn wir über Bitcoin sprechen, dann ist die Komplexität des Netzwerks umso höher, je mehr Miner es gibt. Das heißt, desto komplizierter wird die vom Netzwerk selbst ausgewählte Zahl, um einen Block zuzuweisen, der in die aktuelle Blockkette aufgenommen wird. Gibt es keine Miner, senkt das Netzwerk den Schwierigkeitsgrad auf das Niveau eines Taschenrechners. Wenn Sie jetzt alle Miner im Netzwerk komplett ausschalten, berechnet das Netzwerk selbst seine Komplexität neu. Es kann das. Dann wäre es möglich, auf alten PCs zu minen und bei geringer Systemkomplexität Bitcoins zu schürfen. Deshalb hängt unsere Komplexität nicht von der Geschwindigkeit ab. Und die Geschwindigkeit hängt nicht von der Komplexität ab. Im Allgemeinen wird die gesamte Belohnung, die Miner erhalten, unter denen aufgeteilt, die dafür abgestimmt haben. Aber dazu kommen wir später. Ist Splitting kein Mining? Absolut richtig. Splitting ist kein Mining. Wunderbar. Ganzzahlig sind rote und grüne Splits und Goldsplits und Premiumsplits haben einen Bruchanteil. Ja, Gold- und Premiumsplits haben Bruchteile. Und dementsprechend haben sie einen anderen Ansatz, Belohnungen zu erhalten. 25 Ultima gehen in jeden Pool. Aber wie viele werden im Dezember an alle Pools vergeben? Das hängt natürlich davon ab, wie viele Pools wir haben werden. Wir sagten am Start, dass wir noch neue bekommen. VIP-Splits und andere Splits sind das unterschiedliche Tokens. Es sind unterschiedliche Smart Contracts. Gold, Unity, VIP-Split, Premium-Split, Business-Split. Das sind verschiedene Smart Contracts im Smart-Blockchain-Netzwerk. Absolut richtig. Und jeder dieser Smart Contracts hat seine eigenen Regeln, die nach seinen eigenen Gesetzen funktionieren. Das heißt, man kann nicht das eine in das andere reinschieben. Und so kommen wir langsam zu unseren Gold- und Unity-Splits. Freunde, Sie wissen jetzt, dass Unity ein Pool ist. Alex hat öfter gesagt, dass die Gold-Technologie allem, was wir haben, überlegen ist. Mit der Unity-Technologie ist es leider nicht so. Die Unity-Technologie ermöglicht es dem Smart Contract, also dem Liquiditätspool, nicht Liquidität von anderen Pools zu erhalten. Beim ersten Webinar haben wir über die Blockchain, über Konten, über Vertreter und so weiter gesprochen. Ein Konto ist eine Wallet in der Blockchain. Richtig? Ja, richtig. Ein Smart Contract ist auch eine Wallet, eine Adresse und auch ein Konto in der Blockchain. Richtig? Ja, richtig. Und hier sprechen wir über Pools, über unsere Smart Contracts, über die aktuelle Evolution unserer Smart Contracts, über die neueste Entwicklung von Splits. Ein Gold-Split kann wie jeder andere Splitting-Teilnehmer Ultima erhalten, wie alle Benutzer und Token-Inhaber. Das heißt, der Gold-Pool kann Ultima zu absolut gleichen Bedingungen aus dem roten Pool bekommen. Es gibt keine Ausnahmen, keine Präferenzen, keine anderen Regeln. Er ist der gleiche Teilnehmer an der Pool-Verteilung wie alle Token-Inhaber. Leider konnte der Unity-Split zum Zeitpunkt seiner Entstehung keine sogenannte Ewigkeit gewährleisten. Der Unity-Pool kann nichts von außen empfangen. Es ist einfach technisch unmöglich. Aber der Gold-Pool kann das. Das heißt, wenn der Gold-Pool einen roten Split hat, einen Unity-Split, dann erhält der Gold-Pool Ultima vom roten Unity-Pool. Und da wir den einzigartigsten und größten VIP haben, platzieren wir VIP-Splits im Pool, damit der Pool autark funktioniert und sich selbst versorgt, ohne jegliche zeitliche Beschränkung, weil er immer Ultima von außen erhält. Gleich wie die anderen Teilnehmer. Und deshalb funktioniert er ewig. Aber Unity leider nicht. Aus technischen Gründen ist es derzeit nicht möglich, einen Gold-Contract über Unity zu bezahlen und grün gegen Gold einzutauschen. Aber ich bin sicher, dass bald eine solche Gelegenheit geboten wird. Und jeder Unity-Besitzer kann dann Gold kaufen. Man muss sich also keine Sorgen darum machen, dass der Unity-Pool kleiner wird. Die Besitzer von Unity-Splits tauschen diese einfach gegen Gold-Splits aus und erhalten die Möglichkeit, ihre Belohnung aus dem Gold-Pool weiter zu splitten. Es ist ein absolut kontinuierlicher Prozess. Unity wandelt sich in Gold um. Unity wird gegen Gold getauscht. Gold erhält Ultima von außen und verteilt es dementsprechend weiter an andere Marktteilnehmer, an andere Pool-Teilnehmer. Was ist der Unterschied zwischen Staking und Splitting? Bei Splitting handelt es sich um einen Smart-Contract, um einen Prozess, der in der Blockchain durch einen Smart-Contract verwaltet wird. Und bei Staking wird ein Basistoken eingefroren, um etwas zu bekommen. Beim Staking von Smart können Sie Smart einfrieren, um Energie oder Bandbreite zu bekommen. Das heißt, die Ressource, die Sie für eine von zwei Sachen aufwenden werden, für den Abschluss einer Transaktion von Smart zu Smart, das ist Bandbreite, oder für die Arbeit von Smart-Contracts, da Smart-Contracts Energie benötigen. Beim Staking geht es um den Erhalt von Netzwerkressourcen. Ich verstehe, dass viele von Ihnen jetzt schockiert sind. Wie ist das möglich? Beim Staking werde ich doch bezahlt. Ja, das Netzwerk zahlt mit Bandbreite und Energie. Alles andere bekommt man für eine Abstimmung, also verwechseln Sie Staking nicht mit der Abstimmung. Wenn Ihnen gesagt wird, dass Sie beim Staking 50.000% erhalten können, ist das kein Staking. Beim Staking führen Sie gemäß den Regeln des Netzwerks eine bestimmte Aktion aus. Die Aktion besteht darin, dass Sie Coins einfrieren und wählen, wofür Sie sie einfrieren. Für Energie oder Bandbreite. Sie benötigen Bandbreite, um Smarts, die Basis-Coins des Netzwerks, zu versenden. Für die Transaktionen von Smart-Contracts benötigen Sie Energie. Eine Transaktion bedeutet alles. Sie haben den Smart-Contract geprüft. Es ist eine Transaktion abgefragt. Eine Transaktion. Und jede Transaktion erfordert Ressourcen und diese Ressourcen werden durch das Staking bereitgestellt. Und Splitting ist ein vorprogrammiertes Modell, bei dem eine Ressource für den Besitz einer anderen Ressource verteilt wird. Das heißt, zwei verschiedene Einheiten auf derselben Blockchain. Ein Vertrag verfügt über Ultima und beteiligt sich dafür an dessen Unterteilung. Wenn Sie Splits haben, sendet Ihnen der Vertrag Ultima unter bestimmten Bedingungen zu. Aus der Blockchain-Sicht befindet sich Staking auf einer viel niedrigeren und Splitting auf einer höheren Ebene. Außerdem ist Splitting mobiler und flexibler. Das heißt, die Splitting-Bedingungen haben keinen Einfluss auf den Betrieb des Netzwerks. Aber Staking kann den Betrieb des Netzwerks beeinträchtigen, weil es möglich ist, neu abzustimmen und so weiter. Wo kann man leere grüne Lizenzen verwenden, wenn das Ausfüllen und Tauschen unrentabel ist? Das ist eine gute Frage, aber warten Sie einen Moment. Sie können Unity-Contracts problemlos erwerben und sie gegen Gold tauschen. Das heißt, mit den Grünen gibt es keine Probleme. Selbst wenn Sie eine leere Lizenz haben, können Sie problemlos umtauschen, also das Limit erreichen und grüne Verträge erhalten und diese Verträge dann in Gold-Splits umtauschen. Eine Frage zum Smart Defender. Die Karte wurde auf meinem alten Smartphone aktiviert. Ich plane, ein neues zu verwenden. Wie kann ich die Karte importieren, damit sie auf einem anderen Smartphone funktioniert? Smart Defender ist ein drahtloser, nicht aufladbarer und nicht zugänglicher Speicher Ihrer privaten Schlüssel. Nicht nur eines Schlüssels, sondern eines Dutzends. Sie können auf Ihrem neuen Smartphone eine neue Wallet erstellen und diese Wallet mit Smart Defender einrichten. Oder Sie nutzen Ihre bereits vorhandene Wallet, die sich auf Ihrem alten Smartphone befindet. Wir machen es so. Ja, ich habe zwei Smartphones. Angenommen, das ist mein altes. Auf Ihrem alten Smartphone haben Sie eine Smart Wallet mit dem Smart Defender. Großartig. Sie möchten sich ein neues Smartphone kaufen und machen sich Sorgen, weil Ihre Karte mit diesem alten Gerät verknüpft ist. Was ist zu tun? Sie importieren einfach in Ihr neues Smartphone Ihre Mnemonic aus der alten Wallet. Das heißt, Sie importieren einfach die alte Wallet in das neue Gerät. Und nach dem Import oder während des Imports klicken Sie auf die Schaltfläche Hard Wallet. In Ihren Wallet-Einstellungen haben Sie die Funktion Hard Wallet erstellen mit Smart Defender verbinden. Nachdem Sie dies mit der Hard Wallet getan haben, geben Sie erneut Ihre Mnemonic ein. Das heißt, Sie bestätigen den Besitz dieser Mnemonic, die in zwei Teile geteilt wird. Ein Teil bleibt im Smart Defender, der andere in der Smart Wallet. Sie können sogar Ihre Wallet mit dem Defender von Ihrem alten Smartphone entfernen und sie auf einem neuen Gerät neu erstellen. Weiter kommt noch eine Frage zum Smart Defender, und zwar nach der Lebensdauer der Karte. Ich habe diese Informationen nicht, aber ich kann sagen, dass sich diese Karte nicht entlädt, nicht entmagnetisiert und dass sie wasserbeständig ist. Natürlich sollten Sie sie nicht verbrennen oder in einen Aufzugsschacht werfen. Es ist auch nicht ratsam, sie zu waschen, und sie könnte gebrochen werden. Aber grundsätzlich ist sie sehr langlebig. Das heißt, sie hat keine Batterien und kein magnetisches Element. Oft wird gefragt, entmagnetisiert sich der Smart Defender? Kann er zusammen mit einem Smartphone aufbewahrt werden? Wird er durch die Nähe des Handys entmagnetisiert? Wird sich der Kontakt verschlimmern? Geht das Signal verloren? Nein, das heißt, es handelt sich um zwei völlig unabhängige Technologien. Es gibt dort keine Magnete und keine Magnetbänder. Es entmagnetisiert sich nicht mit der Zeit oder beim Tragen in der Tasche oder am Smartphone. Also machen Sie sich darum keine Sorgen. Dies ist ein sehr langlebiges und sehr zuverlässiges Gerät. Eine sehr gute Schutzmethode, die wir für Sie und für Ihre Smart Wallets haben, weil Smart Defender nur mit einer Smart Wallet funktioniert, nicht mit anderen Wallets. Wann wird der Übergang von Grün zu Gold eröffnet? Sind die technischen Arbeiten noch im Gange? Ja, meine Freunde, die technischen Arbeiten dauern leider noch an. Und dementsprechend ist die Zahlungsmethode mit Unity Split weiterhin geschlossen. Aber bitte keine Sorge, es wird nicht lange dauern. Bitte folgen Sie unserem Hauptkanal auf Telegram. Dort wird immer ein offizieller Status veröffentlicht. Was ist, wenn man sein Smartphone verloren hat? Wenn Sie Ihr Smartphone verloren haben, erstellen Sie eine neue Wallet, importieren Ihre mnemonische Phrase darin und importieren diese Phrase in den Smart Defender. Wenn Sie Ihr Handy verloren haben, die Karte aber bei sich haben, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Die Wallet, die Sie auf Ihrem Smartphone haben, kann nicht mehr importiert werden. Es ist unmöglich, Sie zu exportieren, etwas zu senden, Ihre Wiederherstellungsphrase herauszufinden. Wenn Sie Ihr Smartphone mit Ihrer Wallet verloren haben, aber Ihren Smart Defender in der Hand haben, können Sie sich von diesem Smartphone verabschieden, müssen sich aber keine Sorgen um die Tokens in der Wallet machen. Es wird mit Ihnen nichts passieren. Kann man über Bluetooth exportieren? Nein. Um Informationen über Bluetooth übertragen zu können, müssen Sie über eine Funkübertragung verfügen. In unserem Fall funktioniert es anders. Wir haben eine andere Technologie. Sie benötigen kein Bluetooth-Modul. Und nicht jeder hat es. Wenn man eine fremde Wallet in die Smart Wallet importiert und die alte Wallet zwölf Wörter enthält, wird es dann automatisch zu einer Hard Wallet mit zwölf Wörtern, wenn es in Smart Wallet importiert wird? Also lasst uns nachdenken. Sie meinten wahrscheinlich auf Ihrem alten Smartphone. Sie können Ihre Mnemonik importieren, die aus zwölf oder dreizehn Wörtern besteht. Sobald Sie diese Mnemonik importiert haben, kann das Smartphone Sie behalten. Es erkennt, dass es diese mnemonische Phrase hat. Sie können einen Teil davon nehmen und ihn im Smart Defender platzieren. Wenn Sie eine andere Wallet in Ihre Smart Wallet importieren, haben Sie eine Wallet in Ihrer Smart Wallet, die zwölf Wörter Ihrer mnemonischen Phrasen kennt. Großartig. Wenn Sie eine Hard Wallet erstellen, verschwindet sie natürlich auch hier. Das heißt, Sie können die zwölf zuvor importierten Wörter von hier aus nicht rausholen. Schauen Sie, wenn Sie eine Mnemonik haben, die erfolgreich in die Smart Wallet importiert wurde, dann können Sie in die Einstellungen dieser importierten Wallet gehen. Wir probieren das jetzt aus. Ich habe eine Wallet, sie ist leer, die Smart Wallet Nummer 3. Wir klicken auf Einstellungen, auf meine Wallets. Hier sehen wir die Smart Wallet Nummer 3 und die Schaltfläche zum Erstellen einer Hard Wallet. Klicken Sie auf Hard Wallet erstellen. Wenn Sie eine andere Wallet bzw. eine andere Mnemonik in die Smart Wallet importiert haben, gehen Sie zu den Wallet-Einstellungen, klicken Sie auf Hard Wallet erstellen und importieren diese Mnemonik. Das ist alles. Das war es für heute, meine Freunde. Bis bald. Alles Gute für Euch. Viel Glück. Und ich mache mich wieder an die Arbeit. Tschüss. Tschüss.